ARD Text im Auftrag von Funk Are you here? Ja, wenn du dich anhauchen kannst, du blöde Kuh. Im F5. Kannst du hier für backen? Revenant! Oh Blackberry, oh Blackberry, oh Blackberry, oh Blackberry Margot, show yourself Margot Hey Geht's runter, Jesus Christ Ach, jetzt drehst du wieder um oder was? Jetzt gehst du wieder runter. Bist du doof, dement, hä? Bist du dement? Ja, guck nochmal in die Ecke, vielleicht hast du es sowieso. Super, man. Ja, das ist immer noch nix. Margot please, Margot please. Hier, hier, hier! Oh fuck! Margot! Oh fuck, nein, ich hab grad getrunken! Fuck you! Ja, wo es geht. Ich nirgendwo mehr hin, ich bin tot. Du siehst das auch, ja? Ist er weg! Oh yeah! Was witzig ist, Schatz? Halt! Schau mal in die Tür! Wo ist sie jetzt? Weg? Genau! Wow! Kann ich denn da durchlaufen? Nee, kann ich nicht. Warte, kann ich die aufmachen? Kann ich die aufmachen? Oh Gott! I killed it! I killed it! Jetzt hat der Raum hier keinen... keine Tür. Bona! Wuuuh! Gottes Willen, ey! Ey, Bona, ein Heizgut zu finden ist selten. Sicher? Ich glaub, da musst du... Darf ich das anders... Darf ich das nochmal anders abschreien? Nein, nein, das bleibt jetzt so. Das kommt jetzt so ins Video, ja. Oh? Oh? Ah, okay. Hm? Kommt von unten! Er kommt von unten! Ah... Er röst wie im Sohr! Er hat mich, obwohl ich renne, okay? Go fuck yourself! Oh, das ist ein Revenant. Vielleicht sollten wir uns ein paar Spillen einschmeißen? Nur bis wir den Geister überhaupt gefunden haben? Tja... Ich hätte schon ein Kreuz dabei, wenn wir den Geisterraum finden würden. Keine Ahnung, was das ist... Alter! Geisterraum! Geisterraum! Tja... Nein! Alter! Geisterraum! Nein! 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 Ei, verran mit Ange Australien... Wir werden die Geisterraum nicht auf Basis Clock oder leitern. Oh ja, hier ist er. Hier ist er. Ja. Jetzt müssen wir noch die Lise gehörteren. Das habe ich gesehen. Jetzt geht's um. Hier drin? Das ist bestimmt der Revenant. Ich beisse meinen Arsch, wenn es kein Revenant ist. Und, irgendwelche neuen Hinweise? Ich glaube nicht. Ich habe Oris mit meinen Freunden und alles. Ich habe keine Funktion bei uns. Beide tot, erst eine Picknick. Blau. Blau. Blau oder Revenant. Das ist was. Ey, yo Bro, mach mal IMF. Tut mir echt leid. Es ist wahrscheinlich nach dem Wien die Garten spannend für euch. Oh, die sind beide nebeneinander. Achso. Wie? Mann, die verstehen mich gut, ey. Da. Haha, du hast gerade versucht, das Licht auszumachen. Dabei hast du dich schon gekippt. Du bist dumm. Willst du einen Schneemann bauen? Ja! Möchtest du oralen Geschlechtsverkehr? Nein! Möchtest du einfach mal wieder Poker spielen? Ja! Möchtest du dir zeigen? Ja! 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 Ja, ja! Ich drehe voll auf! Ja! 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 Ich setz mich erst mal. Come on, Brittany. Back in school. Gut. Okay, Leute. Arsch. Arsch in meinem Gesicht. Seht ihr dieses Buch hier, wo so ein Kreis und so ein Viereck drauf ist, wo Geometrie draufsteht? Das ist direkt vor... ja, genau das da. Wenn ihr wollt, dass ich jetzt gehe, dann hebt es auf und schmeißt es. Ich glaub, das Buch kann man gar nicht aufheben. Ach, fuck off. Okay. Ähm... Es kann man nicht aufheben. Was? Mission failed. We'll get up next time. Oh, shit. Oh, shit. No. Oh, E-MF5. Oh, E-MF5. Äh, was macht... Tja, dann schauen wir, ob es da größt, ob sie ist. Elizabeth! Elizabeth! Na! 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 Nein, nicht über den Zorn schweißen! Nein! Nein! What the fuck? Was? Fuck? Kommt hierher. Die fährt. Da-N-Nein! 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 Ich schwör! Ich bin nicht doof, Dali. Nein! Ich hab sie ja außen über den Zaun geschmissen! Warte! Wir testen das jetzt noch einmal! Du schaust es dir mit an! Schau! Flup weg! Siehst du das? Jetzt pass auf! Ja! Sie ist wieder da! Mach nochmal! Oh! Wieder schreit! Ja! Sie lautet hier! Fuck! Weißt du, dass die Kreuze liegen nicht? Wahrscheinlich. Äh, beide Kreuze sind weg. Was? Ajo, agro! Ha? Haben wir ja ein ganzes... Wie das halt ausschaut, ne? Jau! Jetzt wird einfach zurück teleportieren. Warte, warte, warte. Was? Hey! Warte, warte! Warte, warte, warte! Hey! Warte, warte, warte! Das ist schon durchgefallen! Das ist, wenn ich das mit einer brennenden Kerze mache. Unser Geist findet das okay. Oh! Oh, jetzt brennt es, wei? Gut! Oh! Er jagt oder so. Ohne uns! Show yourself! Ah! Shit! Tell me why! TELL ME WHY! Lovey City lyrics Tell me why. Okay. Elisabeth, tell yourself. Elisabeth. Einfach schön weiter. Zeig dich, du bitch. Motherfucker, 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 motherfucker. Elisabeth. What? Zeig dich. Du bist ein Hohlbrot, Elisabeth. Ja, hat dich. What do you want? Du bist doch schon tot. Where are you? You. Ich liebe das. Where are you? Oh, hello. Hi, lecker. Flisslampe. Schlampe. Ha! Ich will ja nix sagen, ne? Aber in der Spiritbox klangst du anders. Das ist das Größte raus. Jesus Christ. Run, boy, run. The truth is behind you. Run, boy, run. Ich will nach Hogwarts. Ich will nach Hogwarts. Ich will nach Hogwarts. Ich bin lbb. I'm lbb. I'm lbb. Where's Virginia? From tomorrow. Take me home. I'm sorry. Das war einfach wunderbar! Wunderschöne Twin! What do you want? Tell me what you want and what you really want! Ha! 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 Da ist sie, da ist sie! Schnell, 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 schnell! Wir haben doch über euch schon geguckt, ne? Oh, sie hat die Flüße gemacht! Wie? Wir sind doch? Ja, ja, ja! Siehst du sie, Dani? Ey, Linda! Ey, Linda, hier sind wir! Linda! Belinda! Linda? Linda! Are you serious? Ey! Blinda! 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 Ey! Blinda! 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 Ich hab ihn vor, der kanter und kann so ein Gang, so der wir rote hinterher! Ja! Ja! I'm gonna get you! Give me E! Give me F! Give me F! I will! Im... Ha? Na, 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 na! Da sind ja he, ha, eh, I'll help her to do Linda! Show yourself, please show yourself Linda! Go fucking away! Oh, ich bin grade am Platzieren! Es geht grad nicht. Get fucked, lady! Lauf, 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 nicht stehen! Ich häng am Tisch fest, Mann! Siehst du bei mir, ist gar alles gut? Keine Ahnung, wir laufen alle hinter dir, von daher. Ja, dreht euch nochmal um, die ist direkt hinter mir. Na ja, direkt jetzt nicht. Oh shit, die Tür da vorne ist zu! Oh shit, die Tür da vorne ist zu! Die Tür da vorne ist zu! Hat einer von euch die Tür zugemacht? Nein. Dann hat sie sich jetzt selber ausgesperrt. scenesig zu hauen. Oh, jetzt ist sogar hier gekommen. Und die sind hinter die gespawnt. Wir? Hier? Jetzt ist sie gerade durch die Tür gegangen. Du komm wieder zu. No! 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 Macht jemand die Tür vor bei uns bitte auch? Ja! Sehr cool! Boah! Perfekt! Perfekt! Boah! Boah!